Wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich direkt mal was beichten und sagen, dass ich gedanklich mal wieder ein bisschen Mist gebaut habe. Denn Spider-Man in the New Universe, was ein sehr komplizierter Titel ist, stelle ich gerade fest, ist eine Produktion von Sony, es ist ein Superheldenfilm, es ist Spider-Man und es ist von Regisseuren, die man nicht so wirklich kennt. Und die Trailer sahen ganz witzig aus und ich dachte so, ja, gucken wir mal, was das wird und ob das überhaupt irgendwie was kann. Was ich allerdings in all meiner filmisch-inhaltlichen Naivität wieder ausgelassen habe, ist, dass zwei Leute mit an dem Ding beteiligt sind, die ich eigentlich extrem schätze und weswegen ich doch eigentlich ein Urvertrauen in den Film haben sollte. Namentlich sind wir da bei Phil Lord und Chris Miller, die Leute, die unter anderem für Projekte verantwortlich sind, die so absurd klingen, wie sie letztlich auch waren, aber alle auf eine sehr positive Art und Weise. Wolkig mit Fleischbällchen Teil 1, The Lego Movie, 21 und 22 Jump Street. Und das sind wirklich alles, ich habe es gerade schon angedeutet, Filme, bei denen man im ersten Moment beim High Concept denkt, wow, das klingt erstmal wirklich total trashig und das wird nie was. Flashback zu ich vor noch drei Wochen, wow, dieser Spider-Man-Film klingt interessant und sieht ganz cool aus, aber ich glaube, da nehmen sie irgendwie den Mund zu voll mit zu vielen Protagonisten und Multiversen und dem ganzen Kram, das wird nie was. Und wieder einmal, muss ich sagen, hat mich Phil Lord und Chris Miller eines Besseren belehrt. Denn der Film ist sehr gut. Dazu muss man natürlich an einer Stelle die Lorbeeren richtig verteilen. So haben nämlich, wie bereits gesagt, ach fuck, zwei andere Regie geführt, deren Namen ich extra noch gegoogelt habe, aber jetzt schon wieder vergesst. Und nur einer von Phil Lord und Chris Miller hat auch wirklich ein Drehbuch mitgeschrieben, was ich jetzt, wo ich mir auch plötzlich nicht mehr sicher bin. Fuck! Und beide waren aber als Produzenten tätig, da bin ich mir jetzt aber wirklich relativ sicher. Und dennoch merkt man hier vorne und hinten den Einfluss der beiden Produzenten. Wenn es nicht zuletzt so ist, dass ich erstens jetzt mal vorweg, wenn ihr Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen gesehen habt und mochtet, müsst ihr diesen hier gucken. Und wenn ihr diesen hier gesehen habt und noch mehr Filme wollt, die so sind, guckt Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen. Denn die Filme sind sich auf eine weirde Art und Weise sehr, sehr ähnlich, was auch die Dramaturgie und vor allem auch das Skript und die Figurenkonstellation angeht. Und da kommen wir direkt schon, man mag es eigentlich gar nicht so initial glauben, zum absoluten Steckenpferd von dem Spider-Verse-Film. Into the Spider-Verse klingt irgendwie besser, der englische Titel. Denn gerade auf dieser Ebene konnte mich der Film unglaublich für sich gewinnen. Und das sage ich auch jetzt ganz ironiefrei mit Hintergedanken, dass es ja nur ein Kinderfilm ist. Ich habe keine Lust auf solche Diskussionen, bla bla bla. Die Animationen sind ganz, ganz großartig und habe ich so bisher noch nie gesehen. Und trotzdem, wie bereits gesagt, ist das nicht mal der größte Trumpf des Filmes. Denn Miles Morales, der hier zum ersten Mal als Spider-Man auf der großen Leinwand agieren darf, der glaube ich seit Anfang der 2000er als Spider-Man in den Comics dabei ist, ist eine tolle Teenager-Figur. Aber was ihn selbst und auch seine Umwelt erst so wirklich, wirklich großartig macht, sind die Figuren um ihn herum. Und eben nicht zuletzt Peter Parker in all seinen Inkarnationen, will ich vielleicht gar nicht allzu viel vorweg geben. Man sieht ja schon so ein kleines bisschen in den Trailern. Und dann, wo ich wirklich nochmal gesondert drauf eingehen will und muss, ist, ich habe das Wort eben schon erwähnt, und es ist meistens immer so ein bisschen verschleiert, was damit jetzt genau gemeint ist, die Dramaturgie bedeutet, dass der Film erstens sehr, sehr strikt strukturiert ist, sage ich jetzt mal, im Sinne von, wann kommt genau der Insiding Incident? Also wann wird er zu Spider-Man? Vor allem, wie wird er zu Spider-Man? Und wodurch wird er zu Spider-Man? Und wie lange braucht es, bis er das ist? Die einzelnen Stationen, die er dahin durchlebt, kann man natürlich auch irgendwie der Heldenreise zurechnen, will ich jetzt aber auch gar nicht drauf hinaus, denn das, wo ich eigentlich drauf hinaus will, ist, dass Miles Morales und auch viele andere Charaktere ständig vor wirklich bedeutende Entscheidungen gestellt werden. Und dahingehend, vielleicht gebe ich da ein mini bisschen vorweg, gibt es auch wieder, ich würde fast sagen, so die Superhero-Trope, dass der Antagonist oder einer der vielen Antagonisten, die in dem Film sind, dann irgendwie doch noch was mit unserem Protagonisten gemein hat. Und Superheldenfilme neigen oft dazu, das als Plot-Twist ganz weit rauszuziehen. Und ich habe wirklich im Kino gesessen und gebetet dafür, dass das hier nicht so ist, weil ich persönlich der Meinung bin, dass zum Beispiel, wie es jetzt in Captain America Winter Soldier war, wo ja Bucky der Winter Soldier ist, und das kommt dann irgendwann im letzten Akt, im dritten Akt raus, wenn du das jetzt so weit rauszögerst, dann hast du da dramaturgisch einfach nichts mehr davon. Die Figuren können nicht mehr drauf reagieren, es kann kein Drama mehr entstehen, es kann kein Konflikt mehr entstehen. Und wenn wir ein bisschen aufgepasst haben, in allem, was ich hier jemals erzählt habe, dann wissen wir, Drama und Konflikt sind initiale und elementare Bestandteile eines Films. Dementsprechend hat Into the Spider-Verse das Ganze hervorragend und unfassbar gut gemacht, indem sie nämlich quasi so einen Twist hätten drin lassen können und den auch in gewisser Weise ausgespielt haben, aber dramaturgisch gesehen halt ein gutes Stück früher, als es im Superhelden-Genre nötig ist. Auch wenn sich das jetzt nicht grundsätzlich nach einem unfassbar krassen Meisterwerk von Idee anhört, ist es doch ein merklicher Unterschied für die ganze Dramaturgie und vor allem für die Figurenkonstellation, die um Peter Parker und um Miles Morales in dem Falle vor allem herum entsteht, weil vor allem Peter Parkers, ich sag die ganze Zeit Peter Parker, Miles Morales Vater auch eine sehr integrale Figur ist, die massive Auswirkungen auf unseren Protagonisten und den Plot an sich hat. Natürlich gibt es dann auch noch die, ich sag mal die Spider-Man Avengers aus verschiedenen Universen, weil es da einen Clash in der Dimension, was weiß ich, gibt. Und es ist alles so ein bisschen super Sci-Fi, Fantasy, Comicbuch-mäßig, aber es ist halt auch charmant und witzig und da vielleicht auch so ein bisschen auf die Eigenheiten dieser Phil-Lord-Chris-Miller-Filme zurückzukommen, die eine sehr erwachsene Tonalität an den Tag legen, finde ich persönlich, die aber nie so wirkt, als wird man da jetzt erzwungen, irgendwelche Quips und ironische Brechungen mit einbauen. So, das war das. Und auch wenn ich gefühlt gar nicht so viel zum Film zu sagen habe, will ich wirklich nochmal ausführlich betonen, wie unheimlich gut das Ding wirklich funktioniert und wie unheimlich intuitiv halt diese ganzen Figuren-Konstellationen am Schluss aufgelöst werden. Und was ich vor allem ganz, ganz selten mal in Filmen ganz persönlich habe, weiß nicht, wie es bei euch ist, also könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, Filme fangen sehr oft sehr, sehr gut an, aber haben dann Probleme hinten raus, so ein bisschen diese ganzen Geschichten, die aufgebaut werden und die ganzen Plotlines zusammenzuführen. Hier fand ich es exakt andersrum. Der Anfang ist interessant, keine Frage und es werden auch Figuren-Konstellationen aufgebaut, die interessant sind, aber vor allem, wie die sich im zweiten Akt entwickeln, was mit denen passiert und wie es dann zwischen dem zweiten und dem dritten Akt genauso bei dem Übergang alles aufgelöst wird, fand ich so unfassbar grandios. Da gibt es ein paar Momente zwischen Miles Morales und seinem Vater, dann gibt es einige Momente zwischen Peter Parker und Miles Morales und wie eben alles darauf angewandt wird, dass Miles Morales Spider-Man die Hauptfigur ist, die noch viele wichtige moralische Werte und Fähigkeiten sowohl psychisch als auch physisch erlernen muss, ist wirklich so tadellos, dass es fast schon ein bisschen sehr, dass ich den Film auf einem sehr, sehr theoretischen Level sehr, 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 sehr gut finde. Vielleicht da so ein bisschen der Kritikpunkt, dass er auch, wenn er sehr emotionale Momente hat, mich aber dann doch teilweise etwas kalt ließ, was ich jetzt aber auch nicht zwingend großartig schlimm finde, ehrlich gesagt. Das haben, finde ich, auch immer so ein bisschen diese Phil-Lord-Chris-Miller-Filme an sich, auch wenn das hier vielleicht mit Wolkig, mit Aussicht auf Fleischbärchen, der erste Film von ihnen noch ist, der zusätzlich eine emotionalere Komponente hat. Ansonsten habe ich tatsächlich relativ wenig zu sagen zu dem Film, weil das auf der einen Seite erschreckend solide war, auf der anderen Seite halt dann auch in speziellen Aspekten, die ich hoffentlich jetzt etwas rausgearbeitet habe, wirklich hervorragend. Ich finde, was da im Drehbuch und in der Dramaturgie passiert, wie gesagt, sehr, sehr erwähnenswert. Ich habe das Gefühl, dass ich mit der Review irgendwie nichts gesagt habe. Deswegen lasse ich es jetzt auch am besten. Ich gebe dem Film wunderbare 8 von 10 Punkten und dabei belasse ich es jetzt auch und vertröste euch auf Videos, die in der nächsten Zeit kommen. Ich denke, dass vielleicht was zu Aquaman kommt, aber ich muss auch ehrlich sagen, dass ich nicht so Bock drauf habe. Mal gucken, ob ich da irgendwie dann die Zeit finde, mir den Film reinzuziehen. Besucht mich gerne auf Twitter oder Instagram und wenn ihr das mögt, was ich hier mache, dann beschert mir doch ein Weihnachtswunder und unterstützt mich gerne auf Patreon, um diesen Kanal hier noch weiter voranzubringen und um all das hier noch ein bisschen besser werden zu lassen. Das war's. Wir sehen uns dann die Tage wieder. Auf Wiedersehen und Tschüss. Bis zum nächsten Mal.